Wir haben auf der einen Seite Wählerinnen und Wähler an die AfD verloren. Da habe ich gesagt, dass wir da kämpfen werden. Das hat mit der Situation und den Themen zu tun, die offensichtlich die Menschen nicht befriedigend beantwortet gefunden haben. Als Parteivorsitzende und Spitzenkandidatin habe ich dafür natürlich auch Verantwortung. Trotzdem habe ich auch Verantwortung für meine Wählerinnen und Wähler, die uns gewählt haben.